Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal wie bei Mozilla Firefox ganz einfach Google als Startseite, als Standard Suchmaschine und vor allem auch wenn man einen neuen Tab öffnet hier als Startseite festlegen kann. Wenn du Bock da fährst, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal muss ich Firefox ganz normal öffnen, anschließend kann ich hier oben rechts auch schon drei so kleine Striche erkennen, wo ich jetzt einfach mal draufklicke, danach gehe ich etwas nach unten zu meinen Einstellungen, anschließend auf den Reiter Startseite auf der linken Seite und hier können wir jetzt auch schon Startseite und neue Fenster erkennen, wo im Moment noch die Firefox Startseite als Standard eingestellt ist. Wenn ich hier anschließend draufklicke, kann ich benutzerdefinierte Adressen auswählen und in meinem Fall möchte ich ja hier Google haben, deswegen ich das Ganze jetzt einfach eingebe und somit ist es auch schon automatisch gespeichert. Auch die Standard Suchmaschine kann ich in diesem Bereich noch abändern. Hierfür muss ich auf der linken Seite auf den Reiter Suche gehen, anschließend sehen wir hier auch schon Standard Suchmaschine, wo bei mir jetzt noch Bing eingestellt ist. Wenn ich hier draufklicke, kann ich auch schon Google auswählen und auch das Ganze ist jetzt so wieder automatisch abgespeichert. Ich schließe also mal meinen Reiter hier, öffne anschließend Firefox erneut und wir können jetzt auch schon erkennen, dass am Anfang auf jeden Fall Google als Startseite angezeigt wird und hier oben, wenn ich das Ganze einfach mal entferne, sehen wir auch schon, wenn ich hier etwas eingeben würde, dann würde ich das auch mit Google automatisch suchen. Bei neuen Tabs macht uns Firefox das Ganze leider nicht so einfach. Hier gibt es aber auch einen einfachen Trick und zwar muss ich wieder auf die drei Striche hier draufgehen, mein Menü also öffnen, anschließend gehe ich auf die Add-ons und hier kann ich jetzt nämlich oben auch schon nach etwas Speziellem suchen. In meinem Fall einfach einmal New Tabs eingeben, danach das Ganze natürlich bestätigen und jetzt können wir auch schon sehen bei den Suchergebnissen, ganz oben ist New Tab Override. Hier klicke ich einfach mal drauf, anschließend zu Firefox hinzufügen, jetzt muss ich das Ganze nochmal hier mit hinzufügen und auch mit OK bestätigen und anschließend kann ich jetzt nämlich auch schon das Ganze hier noch detaillierter einstellen. Hierfür ist es übrigens am einfachsten, wenn ich oben bei dem Plus meinen neuen Tab öffne, dann kommen wir auch schon automatisch zu unseren Einstellungen. Wir lassen dann mal benutzerdefinierte URL und bei URL gebe ich jetzt wieder www.google.de ein. Auch das sollte jetzt automatisch gespeichert sein, weswegen ich jetzt einfach mal hier oben das Ganze mit dem X noch schließe. Anschließend Firefox natürlich wieder neue Starte. Wir sehen, mit Google wird immer noch gesucht, auch meine Startseite hier stimmt und wenn ich jetzt einen neuen Tab mit Plus oben öffne, dann öffnet sich auch schon Google. Natürlich können wir diese Änderungen auch noch beibehalten. Und somit haben wir jetzt auch schon die Startseite, Suchmaschine und vor allem auch bei einem neuen Tab alles richtig eingestellt. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.